Die Zwerge lieben die junge Prinzessin. Warum auch nicht? Sie putzt ihr Haus und kocht ihr Essen. Haben wir Pizza im Kühlschrank? Die Kinder spielen im Haus. Weil ich Penny mag, nicht gerne habe Kaffee, ich bin Lidl ein. Die Professor kommt aus Berlin. Ich habe einen großen Tisch. Wer rettet das Rösten am Ende? Ich habe keine Ahnung.